Hallo und damit herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Give Up 1. Wir befinden uns im Floor 33. 210 Tore gab es schon. Und ja, das Spiel geht einfach mal weiter, weil ich es kann. Woran bin ich gestorben? Das ist ja... Was? Okay, oben geht es jetzt wieder mal nicht lang. Was? Echt nicht? Eine Frage. Echt nicht? Doch! Nein! Stirb doch nicht! Okay, eine Frage. Wohin komme ich so lang? Wohin komme ich so lang? Das ist doch... Okay, vergessen wir einfach mal das Level, ja? Das ist komplett... Das war komplette Nebensache. Hört auf mich hier an zu schießen. Boah! Was? Also diese Kästchen da, ja? Was? Ich... Hm... Doch nicht in die Säge, dein X-Rack! Was ist... Was ist... Was war... Moment! Maha! Das hätte doch so toll klappen können! Ja! Geht doch! Okay, okay... Bitte, was? Nein! Nein! Nein, nein, nein! Was machst du? Oh yeah! Oh yeah! Keine Laser! Ich flehe euch an! Keine Laser! Keine Laser! Was ist denn jetzt los? Okay, wir haben das gleich. Auf das müssen wir hier warten. Was mache ich? Ich bin doch da unten komplett sicher. Und trotzdem mache ich das Falsche. Ja, Moment, was? Also, wisst ihr was? Oh, oh. Ah, okay, ich verstehe, wo der Hase langläuft. Und trotzdem stirbt sie. Toll, X-Reck, du weißt so viel und trotzdem kratzt du hier ab. Nein, doch nicht hier. Moment. Moment. Oh, yeah. Oh, yeah. I didn't think you can do it. You seemed doomed to fail. You clearly are incredibly stubborn to get this far. Congratulations. Ja, das hört sich so fast an wie Kisu. Und hier mit, lieber Kisu. Du siehst es. Schwarz auf weiß. Ich habe es geschafft. Keine Diskussion mehr. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass die letzten Level so gut gehen führten. Eigentlich hat es sich komplett nicht gelohnt, daraus irgendwelche zwei Parts zu machen. Ähm, aber eventuell werdet ihr auch nur einen Part sehen, denn ich bin gerade ziemlich verwirrt und weiß nicht, wie ich das schneiden werde. Wie gesagt, Part 1 war total unnötig. Äh, Part 1 war total unnötig. Ähm, was ist das hier überhaupt? Ja, ja, genau. Hier seht ihr zum Beispiel mein Avatar hier auf dieser Website. Ähm, Mode Deaths, okay. Ähm, das kann man submitten. Was passiert denn jetzt? Oh, ähm, okay. Soll ich das jetzt mal auf Twitter posten? Ja, das werde ich jetzt mal machen. Äh, ich hoffe, man sieht hier meine... Moment, kann man das Passwort hier sehen? Nee, das kann man nicht. Ähm, meinetwegen. Totale Professionalität hier auf meinem Kanal. Ähm, aber, ja, warum sollte ich meine Scores hier mal nicht, äh, publishen? Wie war denn überhaupt mein Passwort? Ich war nicht hier auf Twitter. Pff, ha, ha, ha. Alles klar. So, und nachdem ich mein Zeug hier jetzt hier nun gepostet habe, was ich auch hier direkt machen hätte können. Okay, lassen wir das. Ähm, was ist das Fazit zu diesem Spiel? Ich fand es ziemlich nice. Es hat sehr viel von, von I wanna be the guy und diesen ganzen, ähm, schwierigen Spielen und sowas mag ich. Aber ich muss ehrlich sagen, dass, ähm, die Stages dazwischen manchmal schwieriger sind als die Stages, ähm, ganz am Ende. Denn die mit den ganzen gelben Pfeilen, muss ich ehrlich sagen, die waren nicht so, die waren nicht so schwer, meiner Meinung nach. Also, ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, das Einzige, was ich hier noch bei diesem Spiel machen könnte, ist, ihr seht das jetzt zwar nicht, aber unten sind noch Trophies, die ich nicht freigeschaltet habe. Ich könnte versuchen, die noch zu bekommen, um hier irgendwelche Punkte auf meinem Profil hier jetzt noch zu bekommen. Aber, ähm, ich weiß nicht, ob ich das machen werde und demnach, ähm, ist es jetzt an der Zeit, das Projekt jetzt auch zu beenden. Wobei, wie gesagt, es ist total peinlich, dass Part 2 nur so kurz ist und, ähm, so viel Zeit möchte ich hier nun wieder auch nicht vertrödeln. Ich bin gespannt, sehr gespannt auf Gebob 2. Das könnte um einiges schwieriger werden von dem, was ich gesehen habe. Aber, naja, mal sehen, ne? Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ihr findet alles zu diesem Spiel in der Beschreibung auf jeden Fall den Link dazu, zu Armour Games. Ähm, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dann! Oh, jetzt muss ich hier wieder alles wegwichsen, Mann. Es ist 1 Uhr nachts und ich schlage mit der Hand auf den Tisch, weil es mir gerade völlig... Egal, was meine Nachbarn machen, die könnten meinetwegen... Ich weiß noch nicht mehr, was die könnten. Es ist mir eigentlich auch völlig egal. Komm, hört mir nicht zu. Guckt euch einfach das Spiel an oder schaltet direkt weg. Ich glaube, ich werde das, wenn das so weitergeht, gleich anders machen. Dann werde ich einfach so lange spielen, wie es halt dauert. Und ich werde dann nur den Mitschnitt zeigen, in dem ich es geschafft habe. Plus ein bisschen sinnlose Kommentierung, die... Das gibt es nicht! Zumindest ist die Musik noch irgendwie schön. Gut, ich höre sie mittlerweile schon gar nicht mehr. Ich höre eigentlich überhaupt gar nichts. Ich sehe nur noch die Bilder hier und wünsche mir, dass das Level vorbei ist, damit ich ins Nächste kann. Was mich wahrscheinlich noch mehr fertig machen wird, psychisch und auf mentaler Ebene. Und hast du nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Jetzt nochmal. F*** dich. F*** dich. F*** dich! F*** dich einfach nur! Alter, ich war ein Millimeter vom grünen Wichsziel da unten. Oh, und jetzt... Ja, 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 ja! Nein! Nein, das war Rekord. Das war Beischlaf nochmal Rekord. Du, wie ich am Verrecken bin. Da, da, nein, weil ich in die Ecke gemusst hätte. Und weiter, runter, und weiter, runter, und in die Mitte, runter, Wasser, 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 Wasser... Aaaaaah! Oben anfangen sollen. Gleich oben geht das genau andersrum. Ich bin es so an unten gewöhnt. Nein! Verdammte Scheiß! Das ist die Tastatur! Die scheiß verdammte Tastatur hat nicht mehr... Die Tastatur hat meinen Befehl nicht angenommen. In dem Moment, was ist das? Was, was? Ey, ernsthaft, wenn ich hier verliere, dann ist das eine Sache. F*** dich. Wenn ich hier verliere, ist das eine Sache. Aber wenn die Tastatur den Befehl nicht annimmt, zum tausendsten Mal... Ich habe gerade auf den Monitor gespuckt, aber das tut es auch nicht mehr zur Sache. Dann ist das was anderes. Alter. Oh, ich... Oh, f***. Oh, f***. Oh, f***. Oh, f***. Oh, f***! Oh, f***! Nein, jetzt... Nichts falsch machen jetzt. Ganz ruhig. Nimm deine letzten sieben Sinne noch zusammen. Nichts falsch machen. Alter. 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 Nichts falsch machen. Nein! 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 Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020